so liebe leute das letzte event für super street und da geht es heute weiter haben mit dem hier kndn engineering in der ski war herrn und brulemin letzte wie gesagt allerletzte event nun startet die woche das letzte wochen ist überlebt wird jetzt starten geht es um schaden die neue woche und morgen geht es mit dem neuen projekt dann hier auf diesem kanal weiter mit ich habe mich überlegen zwischen der kassette kursa und geht aber jetzt hat er was ja immer macht gemacht haben wir haben schon so sagen ein bisschen schwarze ohne hände ja leider kann man diese fahrzeuge nicht brauchen fast 57 sekunden auf die sekunde genau wer haben wir denn überhaupt heute 1 2 3 4 5 5 rennen nur das ist ein kurzes ding hat ja mal gestern ein bisschen was mehr gefahren sind wir hatten gefahren geht es heute mit fünf rennen überhaupt nur weiter und dann geht es durch rennen nur zwei drei rennen noch danach ich habe nichts zu trinken gerade hier ich mache mir mal den platz und gehen wir vorbei hier zwei runden ja dann gucken wir natürlich dass sie durch haben das heute hat er geschenkt bekommen ja mit der kerrung gegen die karte bin ich mir gewinnen zeit verloren 5 Sekunden liegen lassen. Das hängt aber ab, ja? 1 2 3 4 4 4 5 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 6 5 6 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 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 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 9 10 11 11 10 11 10 11 12 12 12 13 14 13 14 14 im fahrungsmunk gibt es keine mehr egal brauchen wir auch nicht alles tue ich danach 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 Einfach ein klassisches Rundkotret nochmal. Ich gehe mal vorbei hier. So. So. Letzte Runde. Letzte Runde. So. 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 und die sind jetzt Play und da vorne ist das Ziel und das reicht das war's das Geschaffte sind durch so, das müsste es eigentlich gewesen sein jo das wäre halt, wie gesagt, auch diese zwei Dinger hier eigentlich theoretisch, alles andere haben wir ja durch und da weiß ich nicht, warum der da mir uns das nicht gibt ist auch ja kuriose, wir sind durch auf jeden Fall, ich schaffe mich hier bei Supersweet wir sehen uns morgen wieder mit Quit das war's, danke für's Zusehen und viel Spaß bei den kommenden Projekten